Am 17. Juli ist in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Corona-Regelung in Kraft getreten, wonach Prostitution nun explizit verboten ist. Sandra Kamitz von der Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit SELA sieht darin eine direkte Reaktion der Landesregierung auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Schwerin vom 26. Juni. Ich habe das am Montag gelesen und war sehr erschrocken, vor allen Dingen für unsere Klienten, weil wir als Beratungsstelle haben ja die Informationen von Menschen, die zu uns kommen, wie prekär sie gerade leben, weil sie nicht arbeiten können. Und es gab ja ein Urteil am 29. Juni, ein Eilverfahren von einer Sexarbeiterin, die durchgesetzt hat, dass sie Haus- und Hotelbesuche machen kann. Und nun haben wir gedacht, okay, dann können unsere Klienten wenigstens ein bisschen arbeiten und das ist natürlich jetzt ausgehebelt durch die Landesverordnung. Laut Kamitz verschärft sich dadurch vor allem für Frauen aus dem europäischen Ausland die finanzielle Notlage weiter. Sie können nicht auf die staatliche Grundsicherung zurückgreifen und sind laut Kalitz nun dazu gezwungen, im Verborgenen zu arbeiten. Kamitz fordert daher von der Politik, dass das seit 2017 bestehende Prostitutionsschutzgesetz auch in den Zeiten von Corona angewendet wird und die Betroffenen legal arbeiten können.